Hey Leute, in diesem Video fährst du erstmal, wie man eine Richtschnur spannen und somit auch ein Schnurgerüst richtig erstellen und vor allem auch mit den Knoten entsprechend waagerecht ausrichten kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn wir bei uns im Garten zum Beispiel Randsteine für eine Terrasse verlegen möchten, dann sollten wir uns zuerst einmal eine Schnur zwischen zwei Befestigungen spannen, dass wir natürlich am Ende das Ganze auch schön gerade verlegen, eine Flucht haben und wenn gewünscht, können wir natürlich da auch noch ein kleines Gefälle einbauen. Falls du so etwas öfters benötigst, dann leg dir mal am besten spezielle Erdnägel oder auch etwas dickeres Bewährungseisen zu. Und falls du nur ein kleines Projekt zu Hause hast, dann kannst du natürlich auch zum Beispiel so einen abgebrochenen Besenstiel oder einfache Holzlatten verwenden, die du etwas unten anspitzt. Und dann sollten wir das Ganze mal für ca. 30-40 cm in den Boden gerade hineinschlagen, dass es natürlich auch fest sitzt. Als nächstes müssen wir einen einfachen Anfangsknoten machen. Hierfür schaue ich, dass ich mein Schnurende ca. 20 cm überstehen lasse und dann kann ich bei einer Hand nämlich auch schon meine zwei Finger ausspreizen, zwei einfache Wicklungen um diese zwei Finger rum machen und ich persönlich gebe dann noch die beiden Finger etwas auseinander, denn nun geht es darum, dass wir das Schnurende einmal über unsere zwei Wicklungen drüber geben und dann kann ich dieses auch schon einmal zwischen meinen zwei Finger hinten durchgeben. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon hier so eine schöne Schlaufe erhalten. Diese kann ich nun ganz einfach auf meinen Erdnagel draufgeben und hierbei ist aber auch schon wichtig, dass wir jetzt entscheiden können, ob der Faden entweder auf der linken Seite oder aber auch auf der rechten Seite verlaufen soll. Im Moment schaut es so aus, als ob es bei mir auf der linken Seite verläuft. Wenn ich natürlich meine Schlaufe aber umdrehe, dann würde jetzt auf der rechten Seite verlaufen und als nächstes müssen wir eigentlich nur noch beide Schnüre einmal etwas straff ziehen und somit ist das Ganze auch schon bombenfest. Im nächsten Schritt die Schnur schon mal relativ straff in die gewünschte Richtung ziehen. Da können wir uns entweder mit einem Meterstab behelfen, zum Beispiel von hier hinten zur Hausmauer messen und da natürlich dasselbe Maß anwenden oder wie in einem extra Video gezeigt auch einen rechten Winkel anbringen. Wenn es dann passt, dann können wir auch unseren Erdnagel mal an die entsprechende Stelle halten. Bitte wieder darauf achten, dass die Schnur auf der richtigen Seite vom Erdnagel sein sollte, da wir sonst schnell einen Zentimeter Abweichung erhalten und dann können wir das Ganze wieder in den Boden klopfen. Für unseren Endknoten muss unsere Schnur natürlich wieder auf der richtigen Seite vom Eisen sein und dann müssen wir einfach mal zwei relativ lockere Umwicklungen nach oben um das Eisen machen und nun ist einfach das Ziel, dass wir wieder unsere untere Schnur, also die gestraffte Schnur, über die zwei Wicklungen drüber bekommen und dadurch kann sich das Ganze dann einfach nicht mehr lösen. Bedeutet, ich lasse das Ganze jetzt nochmal relativ locker. Schaut, dass ich mein Schnurende nach unten bekomme. Die gestraffte Schnur geht über diese zwei Wicklungen drüber und dann können wir nämlich auch schon das Ganze relativ fest ziehen. Zum Anziehen jetzt mit der einen Hand in die Richtung schieben und mit der anderen Hand ziehe ich das Ganze so lang, bis meine Schnur wirklich schön straff ist und sich das Ganze wie eine Gitarrenseite anhört. Falls du übrigens eine relativ lange Strecke hast und auf gar keinen Fall haben möchtest, dass deine Schnur irgendwie durchhängt, dann am besten relativ mittig noch einen weiteren Erdnagel setzen. Ähnlich wie bei unserem Endknoten die Schnur auf der richtigen Seite anbringen und dieses Mal aber nur eine Umwicklung nach oben gehen. Danach natürlich wieder darauf achten, dass die gespannte Schnur über unsere andere Schnur drüber geht und dann können wir es nämlich auch schon wieder dementsprechend festziehen und auf der anderen Seite einfach weiter gehen. Wenn wir unsere Schnur ins Wasser richten möchten, dann benötigen wir mal eine einfache Wasserwaage und desto länger dieser ist, desto genauer wird natürlich auch das Endergebnis. Diese setze ich jetzt mal bei meinem Erdnagel von unten an die Schnur an. Da kann ich auch etwas Druck dagegen geben, dass ich natürlich das Ganze mit einer Hand halten kann. Richte es mir sauber in das Wasser aus und kann jetzt je nachdem meinen anderen Erdnagel noch etwas nachhämmern, dass ich am Ende auch ein sauberes Ergebnis habe. Wenn wir zur Entwässerung zum Beispiel ein Gefälle von 2% haben möchten, gehen wir relativ ähnlich vor. Ich halte meine Wasserwaage wieder ins Wasser und müsste jetzt nach einem Meter einmal meinen Abstand von der Wasserwaage zu meiner Schnur messen. Das müssten genau 2 cm sein. In meinem Fall könnte ich jetzt auch einfach bei 50 cm nachmessen und da müsste ich dann am Ende ein Ergebnis von 1 cm haben. Möchten wir uns übrigens eine Ecke abstecken, dann bitte jetzt nicht den Fehler machen und diese Schnur hier einfach weiterführen, sondern zwei weitere Erdnagel setzen, da wir sonst beim Ausrichten uns relativ sicher hier das Maß wieder etwas verfälschen würden. Da ich jetzt etwas weiter nach außen hin abgesteckt habe, habe ich einfach den Vorteil, dass hier mein Arbeitsbereich frei liegt. Das stören meine Erdnägel also nicht und wir sollten darauf achten, dass sich unsere Schnüre hier bitte wirklich nur hauchzart berühren sollten, da wir sonst das Ergebnis auf jeden Fall verfälschen würden. Zum Lösen vom Endknoten müssen wir unsere Schnur einfach mal zweimal in die entgegensetzte Richtung auswickeln und beim Startknoten ist ja sowieso schon alles locker, deswegen wäre das auch ganz einfach einmal abmachen können. Und somit haben wir unsere Richtschnur jetzt auch schon richtig gespannt. Wenn du dir Erdnägel, einen Fäustling oder auch so eine Richtschnur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.